Hast du Teller? Ja. Hier, mach mal den hier voll zuerst, äh leer. So Gerste, alles klar. Hey, wir haben doch entschieden, dass hier Essen hinkommt. Hä? Ich hab, ja klar. Woanders hab ich noch nicht drauf gemacht. Doch. Nein, das schieb ich dir in die Schuhe. Hallo. Vielleicht mal den Mais an, äh, hinzufüllen. Hab ich mal. Raus mit ihnen hier. Hören sie auf zu rumzuschreien. Sonst werd ich hier gleich laut. Ja, schrei die bitte an. Ich bin auch schlecht gelaunt, Leute. Wenn jetzt hier irgendeiner rummeckert, gebt sie Ärger, okay? So, aber Gerste ist fertig. Kann, äh, kannst sie komplett bedienen, wenn du magst. Ich hab keine Teller. Wie, du hast keinen Teller? Wo sind die denn? Die sind alle mit Mais voll. Hey, wir haben zehn Teller. Hier stehen vier. Wo denn? Auf dem Tisch steht hier nichts. Ey, ich hab sogar Teller schon nachgeholt, zwei neue. Wie kann das sein, dass wir keine Teller besitzen? Hast du die ins Lager getan? Nein. Ja, dann... Ich musste die ja alle mit dem Mais füllen. Wir haben keine, nicht nur vier Teller. Wir haben an die zehn Teller. Das kann nicht sein. Die waren alle Gersten bei. Oh, oh, die ersten gehen schon. Einen haben wir verloren. Ja, der wird erschossen drüben. Ich hab hier noch Armbrisspfeile. Komm, ich geh hinterher. Wer war denn das? Sie hier! Sie singt, sie ist fröhlich. Sie hinterlässt keine negative Rezeption. Alles gut. Guten Abend, eingekochter Mais. Steht hier schon eine halbe Stunde. Aber trotzdem, wo sind jetzt die Teller hin? Drück mal Tab. Kann das sein, dass du die im Zusatzinventar hast? Nee, ne? Warte. Nee, ich hab drei Teller. Das verstehe ich nicht, wo die hin sind. Bist du gestorben? Hier, du kannst einmal neun gekochten Brei machen. Okay. So, Gerstenpreis sagst du, ja. Wenn das hier leer ist, platziere ich das mal nach oben. Hier ist alles okay soweit? Ja, ist halt blöd, dass man irgendwie das leere Geschirr irgendwie nicht irgendwo hinstellen kann. Ja, kann man kaufen. Ja? Ja. Ja, dann machen wir das. Gerstenpreis fertig. Ich geh mal ganz kurz kaufen. Möbel, runde Tischwässer, Geschirr, Fermentiere, Braukessel. Ach da, Krügehalter oder was? Ja. Hm. Der Teller gibt's auch. Hm. Verkaufen, Apfel. Ich hab den Apfel verkauft. Tellerregal. Hm. War das nicht trotzdem nur für Fertiges? Ja. Ich kauf mal. Ja, okay. Hab mal beides gekauft. Scheiße, einfach schon wieder Pleite. Schau mal, dann kommt das jetzt hier direkt... Nehmen das Waschding hin. Ist ja cool. So, Schnuggi, hier. Können wir jetzt hinstellen. Abwaschen und dann direkt, äh, aufhängen. Ist doch cool. Haben wir schon mal wieder Bier verkauft eigentlich, äh, in letzter Zeit? Äh, sehr wenig. Hm, hm, hm. Und jetzt erstmal Küche raiden. Bis später. Satu, hau rein. Raid die Küche. Und er beute ganz viel. Lass es dir schmecken. Junge, 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 ich bin hier nur um Hin und Herin. Und dabei machen wir bloß die Hälfte der Features, ne? Wir müssten Bestellungen noch machen. Das Feld muss gemacht werden. Ja. Und Kalubor ist vielleicht doch, äh, doch nicht so gut. Äh, oder liegt es am Upgrade? Äh, ist auch bildabhängig, ne? Ihr müsst euch, ihr müsst halt gucken, was ihr so für Builds macht. Ist das für ein Geräusch gewesen? Wir hatten Level ab? Oder? Nee. Haben die Hunger? Ist das deren... Ich weiß ja nicht, was für ein Charakter trägt. Eiii, Karamba. Hättest du dir das mal gemerkt? Also wir haben irgendwie schon wieder gar kein Besteck mehr. Keine Teller, gar nichts. Gerstenbrei. Ich brauch mehr Gerste. Und ich brauch mehr Wasser. Ich glaub, ich muss noch einen Eimer holen. Mit einem Eimer kommst du hier irgendwie nicht weit. Oh, was kaputt. Es gibt tatsächlich eine App, wo du sehen kannst, was du anders. Aber aktuell geht die bloß für'n PC. Und selbst die ist aktuell nur für Optik. What'ne App? Geh mal auf die Webseite bei mir und guck mal ganz oben. Da kannst du den Download-Link anklicken. Also auf die Kanal-Plugin-Webseite. Nach einem Eimer höre ich das zum ersten Mal. Die gibt's seit drei Jahren. Aber ich publiziere das nicht so. Weil die App aktuell nicht funktioniert. Und wahrscheinlich auch lange nicht mehr funktionieren wird. Guck mal, man muss erst das Wasser zum Kochen bringen. Und später machst du den Mais dazu. Und den Schritt hab' ich vergeigt. Junge, 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 Junge. Ähm, 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 da. Und äh, wachst du schon wieder alle. So, wir haben hier ein neues Fass. Musst du rennen. Und bei der App einfach nicht das machen, was da steht. Wenn du die runtergeladen hast für'n PC und gestartet hast. Einfach starten, deinen Namen eingeben. Und dann auf weiter. Nicht einloggen. Also nicht so einloggen, wie's da steht. Einfach nur Namen eingeben und weiter. Und wahrscheinlich wird da auch bloß die Hälfte richtig angezeigt. Weil ich hab' die halt schon lange nicht mehr aktualisiert. Die ist einfach aktuell einfach nur Schrott. Aber du kannst wenigstens am Namen erkennen, was du anders. Das müsste funktionieren. Ja, wollen wir zwischendurch mal wieder schließen. Äh, keine Ahnung. Aber eigentlich müssen wir langsam auch neu anbauen unseren Spaß. Bestellungen erfüllen. Kommen noch Gäste? Warte mal, da kommen weiten breitkirchen Gäste. Ich mach' mal wieder geschlossen. Dreckig ist der Laden ohne Ende. Ja, mach' ich gleich. Ja, guck mal Mais geht leider nicht. Oh, das haben wir. Wie, geht nicht. Ach so. Das ist ja nicht fertig. Aber ich hab' da Wasser. Weil ich ein Mais nachfüllen muss. Wieder. Och, ist das stressig. So. So, Mais ist da, ne? So. Ich würd' dir helfen, aber hier hängt nie Geschirr. Wir haben jetzt mittlerweile über 10 Tassen. Wir haben, äh, äh, eigentlich weit über 10 Teller. Aber irgendwie... Schnucki. Ah, ja. Da, Besen. Die Tante da. Ich mach' halt immer, ja, ich mach' halt immer ganz schnell. Dann hab' ich's halt im Inventar, weißt du? Ja, ja, aber wenn du das da hinhängen würdest, dann könnte ich das ja alles für dich übernehmen, weißt du? Ich kann das natürlich auch hier hinstellen. Und dann machst du das. Ja, oder so. Ich dachte halt daran, wenn du abgewaschen hast, hängst du das alles auf. Aber es geht auch. Wo denn? Ja, du hast mir jetzt eine Scheißtasse da hingestellt. Wir haben 10 Teller. Wo, stell' die Teller jetzt da hin. Ja, ich hab' saubere Teller. Ach so. Ja, dann stell' die doch hier drauf. Du hast gemeint, das Tellerregal ist dafür da. Ja. Geht doch. Äh, schreien sie nicht so rum. Ah. Ja, cool. Das ist doch, das sieht doch schon besser aus hier. Oh nein. Mein Inventar ist einfach zu voll. So, ich mach' mal Lieferung. Alles klar. Der Laden war ja zu, ne? Den müsstest du zugemacht. Genau. Okay, gut. Das, das passt. Dann filmen wir jetzt mal schön alles auf. Ich mach' erst sauber und dann mach' ich Lieferung. Das ist sehr gut. Warum mein Besen fast kaputt ist? So, äh, haben wir hier Geschirr, Geschirr. Ach so, ja. Oha. Wer weiß, dann liegen hier draußen vielleicht auch noch irgendwo Krüge rum. Warum? Hier draußen ist übrigens noch dreckig. Naja, ich bin dabei. Alles gut. Schön mit dem Besen. Über dem Essen. Warte mal, die Pilze packe ich mal noch hier ins Lager. So. Dann nehmen wir jetzt mal hier die ganzen Teller. Gerstenbrei. Das ist alles Gerste, ne? Gerste, 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 glaube ich, genau. Oh, dann ist das ja alles Mais. Wo ist der letzte Dreck? Der letzte Dreck. Von Stephen King. Ah, gefunden. Ja, komm, machen wir hier noch ein Mais hin. So. So. Man muss ja auch mal Regeln brechen, weißt du? Ich muss doch mal stehen. Ich? Warum? Was willst du von mir? Hilfe! Eine Tasse noch? Ich finde die nicht. Haben wir noch eine Tasse irgendwo? Ich hab noch keine. Hä, die klauen uns die Tassen. Ist dir das bewusst? Wir haben... Vielleicht liegen die jetzt draußen irgendwo? Also wir haben nur noch fünf Tassen. Ich hab ja schon allein gerade eben ganz viel nachbestellt. Wir hatten ja nicht nur drei Tassen. Meinst du, die klauen? Ja, muss ja. Das ist ja volles Minusgeschäft hier, was wir hier führen. Das ist ja eine Scheiße. Die Kacksäcke klauen unsere Krüge. Und aus dem Grund, aus dem Grund wurde Pfand eingeführt. Steak. Kümmerst du dich drum? Wie soll das alles gehen? Steak. Und eine Pilzruppe herstellen. Und dann liefere ich die aus, wenn du sie fertig bist. Wie soll ich das tun? Eine Pilzruppe? Was brauche ich dafür? Ach du Scheiße. Ja. Ja. Wow. Dann gehe ich jetzt eine Stunde nach draußen und such Pilze. Bis später. Mach erst das Steak dann weniger. Wie kriege ich ein Steak? Von einem Wildschweiferschein. Von einem Wildschweiferschein. Ich habe 25 Leben. Dann kauf dir einen Heiltrank. Der kostet über 100. Ja, okay. Dann... Hier ist ein Pilz bei mir. Warte. Ich habe einen Teller bekommen aus der Lootkiste. Sehr gut. Ähm. Ich hole mir jetzt so einen Heiltrank. Okay. Gerstensamen, Maisamen. Jetzt baue ich nochmal in alle Ruhe an. Äpfel können wir auch essen. Ja? Ja. Aber so richtige Äpfel. Nicht nur den Stiel. Alter. Ganz viel in der Kiste. Der Heiltrank hat mich einen Huni gekostet. Einen Heilt 25, Alter. Ich bin immer noch low. Ja, warum hast du nicht zuerst einen Apfel gegessen? Das hast du gesagt, nachdem ich den gekauft hatte. Oh, ich habe ein rohes Erbfleisch bekommen aus einer Luftkiste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einen Apfel heilt fünf. So. Ich verkaufe mal ganz kurz die gegessenen Äpfel. Kriege ich dafür was? Kriege ich dafür was? Verkaufen geht, aber... Ich kriege 50. Ja moin. Das lohnt sich ja voll. So. Einfach mit den Äpfeln hochgeheilt und verkauft. Die gegessenen Äpfel. Geil. Boah. Ach du Scheiße. Wir brauchen Fernkampfwaffen. Weile. Das ist langsam, ja. Ich begehe hier echt in gefährliche Gebiete. Mhm. Und ich haue hier einfach ein bisschen... Für ein Gerstenbrei. Für ein Gerstenbrei. Ja, ich muss auch mal ausliefern. Ich will das auch mal sehen. Hallo. Ich bin ehrlich, Felder machen ist sehr langweilig. Die schälen hier einfach auf dem Friedhof. Mhm. Ist okay. Dann der nächste... Da ist nichts zum Ausliefern musst du. Ja. Dann gucke ich mal, warum du immer so rumjammerst. Ich jammer gar nicht. Oh, Riesenbärhilfe. Riesenwege, Sümpfe, Nebel, ich sehe nichts. Ey, ja. Das ist dann auch genau. So. Einmal angepflanzt. Ich renne jetzt hier durch die Gegend. Und such Pilze. Was ist das denn hier eigentlich? Habe ich noch die Axt dabei? Ja. Hier können wir auch noch Sachen kaputt machen. Ja, wahrscheinlich kommen da Tiere rein später. Ich glaube, das können wir noch nicht kaputt machen. Ne, schade. Da ist ein Apfelbaum. Toll. Jetzt gehe ich hier draußen gucken. Und da ist Schnucki. Ja, ich lauf zu meiner Bestellung. Na, alles klar. Ja. Ah, das ist das Meer hier. Also doch Meer. Mhm. Wie weit sind die denn weg? Bis dahin ist die Bestellung abgelaufen. Es wurde auch eine neue Bestellung aufgegeben, ne? Ich komme. Ich habe einen Pilz gefunden. Einen von denen, die wir brauchen. Ja, nice. Ich glaube, die Pilzuppe ist nicht zielführend hier für das Geschäft. Ich muss ja endlich viel Geld... Ich glaube, ich werde nicht mehr nach Hause finden. Spielen wir das zu stressig? Muss man eher das Geschäft geschlossen halten und so in Ruhe hier machen? Ähm. Hier sitzt ein Kunde. Bestellung aufgeben. Ich habe... Ich habe... Ich habe eine Bestellung aufgegeben gerade. Dann guck mal unter Quest. Da hast du Essenslieferung. Gersten, Brei und Bier, Krug. Äh. Essenslieferung. Das ist der? Das muss der sein, den du jetzt gemacht hast, weil ich habe keine weiteren angenommen. Da ist noch einer. Die chillen einfach hier. Ähm. Gersten, Brei und Bier, Krug. Ja, wow. Wie? Hä? Ich bin jetzt wieder zurück. Ja. Aber ich habe doch gar keine Questmarkierung. Ich finde die ja niemals. Wieder. Doch. Die kannst du dann, wenn es im Inventar ist, auch verfolgen klicken. Okay. Gersten, Brei und Bier, Krug hast du gesagt, ne? Ja. Dann mache ich das schnell, bevor du... Achso. Sehr gut. Oh mein Gott. Ein Ork. Oh mein Gott. Mehr Orks. Hilfe. Die rennt schneller als ich. Da sein, wo du bist. Was? Die rennt schneller als ich. Muss er dann eigentlich da sein, wo du jetzt. Oh mein Gott. Du willst schreit. Ach. Ich hab wieder Musik. Ah. Stucki, Hilfe. Komma, ich seh dich. Einen habe ich schon. Kann ich eine Bestellung abgeben. Thorsten. Sehr gut. Ach. 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 du das spiel ist ja das stressigste im ganzen leben also ich habe noch nie ein stressigeres spiel gespielt als das hier das ist ein pilz so ist jetzt noch gut oder kann ich plündern riesige alter der riesige schaff an der ist eine fackel aber ich dachte gerade ist ein übelst geiles schwert oder so nicht bei dem bärtigen bei dem links daneben oder ich habe 20 leben kann mir entgegen das wird schlecht ich habe außerdem das bier getrunken hallo ist er noch da ne warum soll ich ein bierkrug haben ich finde hier nie wieder her wie geht es denn wie geht es denn nach hause jetzt welche richtung hat es gezeigt ich lauf richtung hinter mir ist ein fettes vieh oh mein gott was ist das denn ich lauf richtung chat alles gut ich habe keine ahnung wo ich hier bin ich glaube immer noch dahin du hast gesagt ich lauf richtung hier wald ruine taverne genau in die falsche richtung so hier entlang das ist das ohrklager nach da geht es doch wer nach du scheiße ich mache das machst du das schnell ja ja wann so wir sind wieder zu hause kommen wir gehen wir zurück zur vorgescheufe das ist gut ja ich denke doch dann kack auf die Ja, setz einen fetten Haufen. War das jetzt in Worten ausgedrückt, wie du am kacken bist oder was war das? Mir fällt gerade auf, ich muss die Ziegen reinbringen, sei jetzt eine halbe Stunde. Warte, ich gieße hier noch schnell und dann bringe ich die Ziegen rein, Upsi. Wieder eine Wunde. Ja, die kommen auch rein. Glaub ich erst, wenn ich sehe. Na gut, ich komme mal rein, ich gehe hinten, ne ich stelle mich mitten hier drauf, so auf so einen Tisch. Und dann bin ich mal ganz kurz auf K-Chat. Einfach eine Musikbox, hä, wir müssen ganz viel, wie echt jetzt? Nein, hast du nicht gemacht. Schnucki, du warst nicht unvernünftig. Nein. Ich bin auslieferend. Du bist auslieferend. Scheiße. Was ist los? Ich wollte die ganzen Pilze, die ich gesammelt habe, ins Lager tun, aber ich habe die anscheinend gegessen alle. Aber wirklich alle, ich habe es erst mal im letzten Pilz gerallt. Ach man, wir brauchen ja Lagerkisten. Die ist einfach ran voll. Wie funktioniert das nicht? Das war für mein Charakter schon eine knappe Sache. So. Diese Doppelbestellungen sind verbuggt, schmucki. Okay. Ich kann immer bloß eins abgeben. Aber bei einer Doppelbestellung gibt es ja zwei MPCs, vielleicht musst du dem anderen das geben. Ich kann beide, ne, ich kann beide andrücken, die ich will, es funktioniert. Okay. Dann ist das irgendwie verbuggt, schmucki, mit der Doppelbestellung. Ja. Ja. Also keine Doppelbestellung mehr annehmen. Ne. So, hier mache ich jetzt den Gastenscheiß rein und alles, was so ... genau ... Programmiertechnisch geschehen ... Was? War da Französisch mit dabei? Es ist auch so, dass da wahrscheinlich das Beutel nicht ... Schnucki will analysieren, was programmiertechnisch jetzt das Problem ist. Dass da kein Button erzeugt wird. Ich glaube, das kann halt alles sein. Weiß ich nicht. Naja. Hier ist gesehen. Wie lange hat das Essen ... äh ... was? Wie lange das Essen doch warm bleibt. Ja, hä? Wir gehen ja auch relativ verschwenderisch hier mit allem um. Das Feuer brennt ja die ganze Zeit. Wir müssen, glaube ich, nie wieder Gerste kaufen. War das schon die zweite Fuhre? Ah, ne. Ich habe ein komplettes Feld gemacht. Da gibt es ja bloß eine. Du hast Sachen gekauft? Äh ... ja, eine Kiste. Aber halt so vor zwei, drei Minuten, ja. Warum? Weil Geld halt nicht mehr wurde. Ich habe von 300 runter auf 100 gekauft. So grob gesagt. Okay, äh ... verkaufen gibt es nicht oder äh ... doch. Verkaufen gibt's. War das Sell? Müsst du eigentlich, oder? Soll ich öffnen? Ja, woher willst du wissen, dass das nicht geht? Du hast ja danach gar nicht geguckt, wie viel Geld du hattest. Also alles, was erfolgreich ist im Kanal-Plugin, gibt keine Rückmeldung, falls du das denkst. Du müsstest eigentlich gucken, wie viel Geld du hattest und nachdem du verkauft hast. Guck mal da, du hast ja ... Ne, keine Ahnung, du hast die ganze Zeit keinen ... Ach so, da muss noch Pilz rein. Jetzt habe ich den gleichen Fehler wie du gemacht, Schnucki. Es ist ja kein Fehler. Es ist halt blöd, dass du das eine Stunde später erst reinmachen musst. Das vergisst man dann halt, ne? Gerade wir. Wir vergessen das definitiv. Was ist das denn jetzt hier? Nimm ... Gebraten ... Warum habe ich denn eine Facke? Nimm gebratenes Ebersteak. Mach Pilze? Ne, ne? Ne. Die habe ich ja alle gegessen. Was ist da los? Der Laden hat nicht auf und gefühlt komme ich kein Stück voran, ne? Ja komm, ich sage mal auch kurz Pilze. Da ist ein Gegner, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt rennen wir wieder beide in dieselbe Richtung, oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Dann renne ich halt nach da. Was los? Dann renne ich halt andere Seite lang. Ja. Gibt einfach keine Resonanz. Ja, ja. Genau. Das ist ja auch bewusst so gemacht. Da war meine Festplatte voll. So. Ne, dass keine Resonanz kommt, war ja absichtlich so. Das hatten wir ja mal komplett zurückgebaut, weil das war halt doch schon ziemlicher Spam. Äh, im Kanal Plugin. Beziehungsweise im Chat. Deswegen haben wir das rausgenommen. Es gibt quasi nur Resonanz, wenn du es falsch machst. Und das Verkaufen... Da braucht nur ein Pilz. Ja, ne? Und das Verkaufen sollte man ja eigentlich über die App machen. Der Sale-Befehl war ja gar nicht für das hier so an sich gedacht. Ich find keine Pilze. Es gibt keine Pilze. Ich bin am Meer angekommen, glaub ich. Oh, hier ist doch ein... Hier ist ein Fliegenpilz. Ich glaub ich hätte in den Wald gehen müssen, ne? Jetzt fällt mir ja gerade wieder... Oh, was ist das denn? Hier ist ein Frack. Schnucki. Mit einer richtig krassen Aura. Oder was soll das da aufstellen? Die grünen Neblücke. Oh, shit. Da nimmt man fett Schaden da drin. Kali schreit Hilfe. Ihr hört's nicht. Sie ruft immer noch Hilfe. Steinpodest. Was denn? Was denn? Ja, jetzt, ja. Achso. Was war denn? Hallo? Wolf hat mich verfolgt. Oh, ich hab noch einen Fliegenpilz gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das weiter durchziehen sollten. Ich bin aber auch ein wissbegieriger Mensch. Ich hab mich übrigens komplett verlaufen. Ich bin gar nicht mehr zurück. Ja, ich äh... Ja. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Wir müssen den Laden gar nicht eröffnen. Wir haben viel zu viel zu tun mit Bestellungen. Boah, ich glaub ich bin mal im Mettrand gelandet. Einfach schon Lieferdienst, weißt du? Mit Bestellung. Und hier ist ein Weg. Das ist doch schon mal was. Ich probier auch mal wieder zurück zu finden. Richtung Taverna. Ich bin ehrlich, dass wir den Pilzen geht mir auf den Sack. Ja, auf Pilze hab ich jetzt eigentlich auch... Gib der Vogelscheuche den gekochten Mais. Ich kümmere mich jetzt um die Vogelscheuche. Ich beklau mal die Trolle hier. Na klar. Taverna. Sonst schreibt Frozen gleich wieder, wann... Wann gibst du der Vogelscheuche gekochten Mais? Die bringen mich um! Ich würd dir helfen, aber ich bin keineswegs bei dir. Ich lauf weg. Sind ganz viele gegessene Effe. Ist das denn genau? Oh, noch ein Pilz. Direkt bei unserer Taverne. Ja, da bin ich auch. Direkt. Okay, einmal gekochter Mais für unsere Taverne. Moment. Und die zahlt noch nicht mal dafür, ne? So. Bitte sehr. Gerne. So, okay. Wollen wir einen Tag mal wieder schmeißen? Wir haben ja gut Bier jetzt vorbereitet. Ja, wir haben halt jetzt hier eine Pilzsuppe in der Mache. Aber da fehlen halt noch Pilze. Zwei von denen... Ja, komm, drei Stück. Die finden wir jetzt, komm. Wir strömen noch mal ein letztes Mal aus. Ja, 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 ja. Komm, komm, raus hier. Nimm die Äpfel mit. Ne. Ich meide den Konflikt. Eber. Ich meide den Konflikt. Seht ihr? Klappt ganz gut. Erkennen und meiden. Erkennen und meiden. Hier ist die leuchtende Kreatur bei mir. Oh. Komm zu mir. Weißt du nicht, wo du bist? Ja, geh mal zur Taverne. Ja. Ich komm schnell. Okay. Ich bin jetzt vor der Taverne. Geh hinter die Taverne. Okay. Okay. So groß ist die Taverne nicht. Wann bist du da? Dort bist du. Siehst du mich gerade aus auf dem Hügel? Ja. Ich sehe, dass da ein komischer Mensch überspringt. Ich bin auch komisch. Hier oben ist sie direkt. Da ist sie. Okay. Sie ist ein bisschen weiter gegangen. Also ich weiß nicht, ob das die ist. Aber sie leuchtet auf jeden Fall. Oh, da ist ein Windschwein daneben. Ist das gut? Was müssen wir machen? Hä? Was? Was? Was ist das? Wow. Ich bin ein Pferd. Wie leuchtet ihr mit dem Geist dieser Runde zu sprechen. Wow. Pferd. Bist du toxisch? Du schlägst wie ein Weihnachter. Schlägst? Ja. Das war das nicht. Aber toxisch? Never. Ich bin ein magisches Deer. Full of good energy. Ja. So. Jetzt musst du drei von meinen Wünschen geben? Ah. Ich brauche zu denken. Du wirst mich mit jemand anderem. Ich habe keine Wünschen geben. Aber ich kann dir etwas geben, wenn du mir hilfst. Ich helfe dir mit warum? Man hört dich nicht mehr. Oha. Bärenpopulationen reduzieren. Sie infizieren. Okay. Hallo. 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 Wir sollen drei Bären töten. Bären? Bären? Komm mal her, Schnucki. Ja, aber das geht doch. Das funktioniert doch nicht mit unserer Axt. Axt anlegen und dann drei, zwei, eins, go. Sehr gut. Bam. Zwei Steaks. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, mit der Taktik haben wir auch Bären getötet. Da ist noch so eins. Komm mit. Und danach suchen wir Pilze. Was sind das eigentlich? Riesenratten? Drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott, ich habe noch zehn Leben. Ist ein Apfel. Ich habe keinen. Wir haben so viele in der Kiste. Ja, man braucht aber auch zehn, um sich hoch zu heilen. Ja, ja. Wir haben auch viele in der Kiste. Mhm. Ich habe einen blauen. Einen, ja. Blau oder grün? Ja, blau, ne? Ja, Azubwitz. Hä, die sind doch Liebe. Ich muss ja bloß nicht angreifen. Alles gut. Ich habe einen. Ja, wenn du mitsuchen würdest, hätten wir wahrscheinlich sogar schon zwei. Was soll das denn heißen? Ich habe Wild Mais. Ich habe gerade verkauft. Ich habe noch einen. Wie viele fehlen uns noch? Einen oder zwei? Einer. Den kriege ich doch jetzt auch noch. Wo ist er? Chat. Ihr habt doch eine Pilznase. Führt mich zu dem blauen Azubwitz. Wir hätten wieder eine neue Bestellung. Das ist einfach ein Haus. Hier war es bestimmt schon, man hat irgendwas abgeliefert. Ich klaue gerade die Orks. Ich klaue gerade die Orks. Das ist sehr gut. Während die mir hinterher laufen. Naja. Ich habe viermal Schlicken bekommen. Schlicken. Ich werde rein. Ich habe einen Blauen. Ich habe einen Blauen. Ich habe einen Blauen. Okay, ich komme zurück. Ich weiß nur nicht so ganz, wo zurück ist, aber ich komme. Im Dunkeln sieht man die ganz schön. Ja, ne? Ich habe einen Grün. Direkt beim Reh. Was ist das denn da? Oh, ich sehe deinen Namen, glaube ich. Anni doch nicht. Ich sehe hier irgendeinen Namen, aber ich weiß nicht, was das ist. Ach, Taverne. Da ist ein Grüner. Bei der Taverne. Ne, bei den Orks. Ne. Was ist das hier? Doch, das sind die Orks, ne? Ist das Orklager? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe lieber zur Taverne. Ja, war das Orklager. Ja, krass. Jetzt können wir unsere erste Pilze über fertig machen. Das Problem ist, wir müssen die Pilze aber auch dann von der Dingsliste streichen, ne? Ich suche keine neuen Pilze. Kannst schön du machen. Moin, Vogelscheuche. Jo. So, habe meine Pilze hinzugegeben. Und du? Ich mache gerade Spinnenwege. Kann im Kompost einmal verwendet werden. Ich hole mal von dem Geld noch einen weiteren Koch her. Warte, ich kann noch ein Gemälde verkaufen. Warte, ich kann noch ein Gemälde verkaufen. Warte, ich kann noch ein Gemälde verkaufen. Wollte ich das auch kriegen? Mhhh. Das ist aber schon sehr hässlich. Wollte ich schon gerne verkaufen. Ja, dann verkauf das. Aber, ja gut. Ist halt Ansichtssache, ne? Aber, ja. Das habe ich bei den Orks geklaut. Oha! Ja, das finde ich cool. Aber dorthin, ja? Ja, kannst du auch woanders hinlegen. Wollte bloß, dass du es siehst. Deswegen habe ich es da. Ja. Süß von dir. Kriegen wir das Ding hier leer? Ne, ne? Ich würde es gerne mal umstellen. Doch, kriegen wir. Eins, zwei, drei, vier. Warum ist die Musikbox aus? Na, ein Glück. Ich habe hier Musik am Laufen. Achso. Aber ich habe die nicht ausgemacht. Falls du das denkst. Ey, wie kann ich was umplatzieren? Mit X. So, unsere Küche. Geil. Pilzsuppe. Dann machen wir noch einmal gekochten Mais. Ich habe... Doch, da ist der Eimer. Und einmal Gerstenbrei. Ah, immer wenn das Ding macht, müssen wir Mais nachlegen. Ah. Das ist das Geräusch. Soll ich jetzt auch machen? Ich habe Angst, aber ja gerne. Also, wir haben ja gut vorbereitet. Gebratenes Steak mache ich auch ein. Haben wir Bierkrug? Das Neue? Ne, ne? Ähm. Ne. Wir haben nur Starkbierkrug, ja? Ist das nicht dasselbe? Bier ist Bier. Ne, wir haben einfach Starkbierkrug und einen Bierkrug. Ja. Ja. Wir brauchen mehr hier zum Dings hier platzieren. Ich mache mal hier noch so ein Steak, ne? Falls du Steak suchst, hier ist dann fertig ist. Ja. Na, dann mach auf. Hm. Okay, ich bin bereit für das, was kommt. Hier noch das Fass vorbereiten. Jetzt können sie uns gerne wieder in den Laden einrennen. Geil. Also, wir haben viel Bier seit zwei Tagen hier vorbereitet. Aus irgendeinem Grund ist hier immer noch eine Schaumkrone drauf auf dem Bier. Oha, komm mal raus und schau dir den Sternenhimmel an. Oha, ich komme. Jooooo. Unrealistisch. Wo sind die Sternbilder? Einfach viel zu viele Sterne da oben. Ja. Ich glaube, wir sind in einer simulierten Welt. Oh, da hinten kommen die Gäste. Oh, das ist ein Blaupilz. Ene mene Mäste Alter, da kommen richtig viele Schnucki Bierfass Ach hier, das ist das Bierfass Gerstenwürze Hopfen brauchen wir dafür Sollen wir mal machen Bierfass Sie kommen rein Ich komme raus, bam Wir können mal probieren, Bierfass zu machen Wir brauchen dafür Alter Das ist ein separates Fass auch noch Ne, können wir uns noch nicht mehr leisten Müssen wir dann im nächsten Zyklus machen So, brauchst du Oha Ja, weil du so eine Kapuza auf hast Und so schnell gelaufen sind So, das habe ich mal umgestapelt hier Gerstenbrei Ich habe zwar immer Gerstenbrei, will jemand? Da will jemand Gerstenbrei Ne, schade Hey, sag mal Die ist am Essen Ich habe Ah stimmt, ich habe noch Mais Oh Eins liegt da Fertig und zwei kannst du noch rausholen Oder eins Ähm, ich fehle einen Teller Ja Teller würde ich sagen, wenn du die einsammelst Einfach hier hinstellen Ich mache dann sauber Äh, wo ist es eigentlich? Ach da Genau, ich mache dann immer sauber Weil ich muss Ich brauche die Ja, ja Klar Und nochmal ganz kurz Wasser So Also wenn du natürlich Deswegen nichts anderes zu tun hast Kannst du auch sauber machen Ich habe gerade noch bedient Okay So, hier ist nochmal ein Steak Ja, ein Steak Fehlt uns noch Er ist auch hier Ja, ja, ja Aber um Neues zu machen Wir haben jetzt noch Ich habe noch Alles gut Alles gut So, die nächsten fünf Steaks Sind in der Macher Alles gut, Schnucki Wir haben alles im Griff Wir können den Laden ja immer bloß drei Minuten aufmachen Dann ist es ja hier vollkommen eskaliert Ich brauche eine Pilzsuppe Äh Ja Hab eine Steht da Oben, zweite Ja Und du hast selber schon genommen Sehe ich gerade Ja Wow Ja, weil wir hier keine Haare Alles gut Alles gut Eigentlich kann ich auch Drecksachen einsammeln Zwischendurch Das ist doch mal ein cozy Spiel, oder? Das ist richtig cozy So, Bierkrüge haben wir noch genug Das ist auch okay Geil Äh Ich mache mich mal ins normale Bier ran So, einmal das Fass brauchen wir dafür Wir brauchen Haben wir Hopfen, Samen? Maissamen geht Ne, das nicht Ich muss wirklich Hopfen so kaufen Oh Schon teuer Schon teuer Und, warte Noch den vierten Das war eine Expansion, Schnuggi Wir sind pleite Ja, ich habe alles für Speargold Gebratene Krötenbeine So Erstmal Gerste Da geht schon los Zu viel davon Okay, das ist am braunen Eins, zwei So Okay Okay Mies Bier habe ich nachgefüllt Das brauchen wir gerade nicht Das brauchen wir auch gerade nicht Dann nehme ich noch einen Stack Äpfel Alter Zehn Äpfel gegessen Einfach nur halb voll Ich gehe mal ganz kurz die anderen Äpfel verkaufen Also die gegessen Dann wieder ein bisschen Kohle Wir brauchen noch ein bisschen Jaitz Wieso, ich bin schon wieder da Achso, sauber machen So, einmal das Hopfen Und Wasserschmiede Alle Heiße Digga So Bam Ist ja auch schon wieder mehr oder weniger alle Kochen So, unser Bier wird gebraut, Schnuggi Guck mal, was wolle Hier ballen wir am besten direkt nochmal was rein Oh, echt jetzt Oh, da ist ja noch eins Wir haben hier ein fettes Wasserproblem Einfach Subnautica jetzt Äh, Pilzzuppe haben wir nur noch eine, ne Müssten wir dann langsam von der Dings runternehmen Hab ich noch einen Teller? Ne Haben wir hier einen Teller? Ne Achso, da brauche ich ja noch einen Pass Bin gleich wieder da Wobei, eigentlich brauchen wir keine drei Fässer davon Zwei reichen dann Ich mach Der ist auch schon fertig Geil Du bist ein Engel Immer schöne Kreisbewegung Oh, ist das viel Das ist das erste Spiel Wo du auch wirklich den Laden schließen musst Weil du sonst irgendwann einfach nicht mehr weiterkommst So Einen mache ich jetzt mal leer Scheiße Haben wir bloß zwei Krüge dabei? Wo sind die Teller? Äh Hab ich So Zack Da Ich mache neues Wasser So Steak muss ich auch runternehmen Gerne So Dann Zweimal Mais Die eine Pilzsuppe Boah, also In dem Gewerbe Musst du Waden haben Wie ein Gott Was ist denn hier los? Wir haben ja gar nichts mehr Wir haben alles aufgegessen Ich glaube wir sollten langsam den Laden wieder schließen Damit wir wieder vorbereiten können Aber es ist nur so eine Vermutung Es ist nur so eine Vermutung So, haben wir jetzt mittlerweile wieder Krüge? Oh ja Ich glaube die reichen Oder? Komm schon Kreisbewegung Ach man Reicht immer noch nicht Ich will an das Fass rankommen Ah, schon gehört wieder für Nachschub gesorgt Sehr gut Alles auf jeden Fall cool gemacht Zwei Da hat die Teller wieder hin So Wir haben theoretisch jetzt neues Bier Ja, wir haben kein Essen mehr Wir müssen zu machen Wir müssen zu machen Oder kannst du Mais machen? Ja, haben wir halt in der Kiste, ne? Aber ich mach zu So Wir haben ja erstmal gut Geld Die, die da sind Für die müssen wir jetzt machen, ja Ja Äh, ich koche schon mal das Wasser für den Mais So Gerste Wasser Kochen Hast du Mais rausgenommen Oder? Ja Ich mach jetzt Okay Sehr schön Wir machen das jetzt mit der Pilzsuppe Wollen wir jetzt nochmal suchen gehen Oder? Wollen die einfach von der Liste streichen? Ja Alles von der Liste streichen Wie geht denn das? Hab ich schon gemacht Hier vorne das Buch Ach hier Ah Okay Wir können jetzt Bierkrug mit drauf nehmen Da, ne? Alter, der gibt uns Ach nee Bloß Was? Der gibt uns noch elf mehr Gebratene Krötenbeine Pilze Gibt da aber auch echt viel, ne? Ja Ja, okay Aber die ist auch sehr aufwendig Ja, wir müssen jetzt eigentlich Töte drei Bären machen, Alter Ja Du hast den Besen, hier Die will Hier, hier möchte jemand nach Hause Ach, kein Wasser mehr drin Der war echt wild Was mussten wir rennen? Ich würde sie am liebsten die ganze Zeit laufen lassen Aber das geht halt nicht in dem Spiel, ne? Hier geht es wirklich nicht Hast du jetzt noch Geschirr oder so? So Ja, fein Gebratene Krötenbeine Abbrechen Ja, ne? Ist auch schön, doppelt Musik zu hören Ja, mach doch aus Mach doch aus Ach, meine? Ja, so coole Tavernemusik hier Ja, okay, so Hab ausgemacht Was haben wir denn die Musikbox? Ja, wenn ich halt rausgehe, hab ich halt keine Mucke, ne? Ja, aber guck mal Es ist wunderschön So, dann bereiten wir mal wieder vor Da, 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 da Weil wir kriegen auch immer mehr Songs, ne? Echt? Vorher hatten wir bloß Da führte ich das Level ab, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Wir haben jetzt auch ein Raum frei, hier, ne? Hä? Hä? Oha! Oha! Ja Kannst du, Carly, im Stream etwas lauter machen? Kann alles Ich empfinde sie halt für schon ziemlich laut, aber so Ich hab's mal um, äh, 14% lauter gemacht Leider hat er nix gedroppt, oder? Aber warte mal, der Chat hängt Oha, der Chat hängt übelst hinterher Hä? Was ist denn da los? Ne, hä? Ach da, der Boss wurde besiegt Ach da Ist der vierte Text gewesen, der viertletzte Gibt 3000 Battle Royale Punkte, Satu Wenn du erster bleibst, ne? Beim Battle Royale Am Ende des Monats 3000 Battle Royale Punkte Und ein bisschen Gold aus der Lootbox bekommen Oha, die hätte ich gern Ja, aber Also Also mehr als 3000 3000 plus das, was du dir hier An, äh, Punkten erspielt hast Kiratenstück Ziegenkacke gegessen Echt? Ja, wenn's dir doch schmeckt Ist ja bloß Gras Ist ja nicht schlimm So, was wollten wir machen? Bären töten, ne? Joa, jetzt ist es dunkel Ich guck erstmal Schau mal, meine Axt ist bis dahin Reicht bis dahin noch Also Haben wir nicht Fallen und Bogen oder sowas? Ne Hab gerade schon geguckt Ach da, Armbrust Ach du Scheiße Hm Was sind denn jetzt schon Bären töten? Ja, dann los Warte, ich verkau mal ganz kurz die Äpfel So Ja, wo Du hast doch schon mal Bären gesehen, oder nicht? Alter Ich weiß nicht, wo das war Ja, dann, okay Du gehst voran Let's go Warte mal Kannst du mich auf die Map gucken? Die Map? Bestimmt hier unten bei den Bergen Guck mal, da ist sogar eine Höhle Alter, da ist eine Höhle Da ist eine Höhle, wollen wir da hinlaufen? Wo ist denn das? Links von uns Mehr Na hier geradeaus und dann rechts Links Links Meinst du nicht, die Taverne ist richtig ausgerichtet? Na, die ist Da ist doch der lange, lange Weg Ja, nach hier unten Und dann müssen wir rechts lang Ach so Meinst du, so rum ist die ausgerichtet? Ja, das macht auch so mehr Der Sumpf ist ja hinter der Taverne Also stimmt das schon Das da oben wird der Sumpf sein Das heißt, wir müssen hier Immer geradeaus und irgendwann mal nach rechts Wir werden es niemals finden Du läufst wie so ein Beklopter Du läufst auch wie so eine Beklopte Nein, das sieht ganz normal aus Ne, lauf mal Wenn ich jetzt vor dir laufe Sieht das dumm aus? Nö Okay, dann läufst du Du bescheuert Ach, na danke Dieses Lob nehme ich dankend an Wollen wir hier schon mal rechts rein oder was? Oder ich weiß halt nicht Ich glaube, das dauert noch Oh, warte, warte, warte Hier ist was zum Looten Warum sehe ich das nie? Ich dachte, ich bin guter Looter Ein Apfel Hier ist wieder einer, der eine Bestellung haben will Aber klick den Ja nicht an Oh, ist das zum Looten? Ein Teller Das sind wieder Tiere Das sind bestimmt unsere, die sie geklaut haben Ich glaube auch Alter, das ist eine Wespe oder sowas Oha Ob wir hier nicht ganz wie Gerste Das wäre schön Theoretisch können wir das alles mitnehmen, ja Oh mein Gott Soll ich da mal einfach dagegen schlagen? Mal gucken, was passiert Alter, hier ist ein Turm Eine Windmühle Ich gehe da jetzt ran Moment Vielleicht kriegen wir Honig Ah Ich habe einmal dagegen geschlagen Und? Nichts passiert Ich hau weiter dagegen Könntest du was looten? Ich hau hier ab Und? Äh, passiert nichts Ich will es auch nicht drauf anlegen Die ist halt eine Windmühle Ah, die sind gar nicht Agro, kann das sein? Weiß ich nicht So, theoretisch müsste das ja dann hier, dahinter Ne, ist die dann hier Hier, über dem Wasser Hier sind wir ab Ende Ja, hier über dem Wasser oder nicht? Ähm Auch mehr ab Ende Auch mehr ab Ende Ich höre, du bist angegriffen Ja, aber ich komme nicht über das Wasser Das ist eine Brücke Naja, aber über die Brücke sind wir doch gekommen Ja, stimmt Hä? Ja, aber da ist es doch Ja, ne? Dann sind wir ein bisschen zu weit gegangen, du Äuble Ah Das ist dumme nicht Kleine Drecksvieche Die greifen auf jeden Fall an Ja Da ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer Mhm Was leuchtet hier? Was ist das? Äh Ähm Was ist das? Das leuchtet ein Popo gesehen Von der Spinne Achso Oh Du greifst an Ich komme Sü Leute Oh Eine Giftdrüse Sollst du die ja reinstecken? Ja, bitte Ich sehe dich halt, ne? Im Dunkeln richtig gut Weil deine Beine so frei liegen Da ist noch eine Spinne Lass dir die, äh Analdrüse rausholen Aua Aua, wo bist du? Sehr gut Äh, egal Äh, äh Stack du das Loot Hüftdrüse Oh, ist hier ein riesiger Pumpkin? Tatsächlich Jo Sind wir noch in unserer Welt? Was ist das hier? Das ist ein Haus, glaube ich Warte, ich habe eine Fackel Oha, ist das hell Ey, das sind Bärendinger Äh, oha Äh, ja Hallo Storytelling Das ist das Haus der Großmutter Das ist in, äh, Wolfskrallen Krass Schnucki Was? Was los? Wo sind wir denn jetzt? Wo ist unsere Höhle? Ich habe gar keine Ahnung, wo wir sind Warst du langsam hell? Oh, schade Ja, wo ist unsere Höhle? Keine Ahnung Wo ist unsere Taberne? Hier bei mir, Schnucki Hast du? Ich bin auch bei dir Nee, ich glaube da drüben Kommt man hier rüber? Nee, ne? Hä? Hier hinten habe ich sie, glaube ich, gesehen Ja, aber das... Ja Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen Ja, hast du Die ist aber zu Machst du auf? Wo bist du? Oh, hier ist eine Walltorch Kannst du deine Fackel hinmachen Aha Und wo ist jetzt die Höhle? Na, die ist hier Die ist aber zu Ja, oder wir müssen das hier hinmachen Dann geht das auch Oder wir müssen das erst noch freischalten Aber das ist die auf jeden Fall Ja, die wurde ja bewusst zugemauert Jetzt sprengst du auch in dem Spiel? Das weiß ich nicht Vielleicht müssen wir die aufsprengen Mit einer Giftdrüse Ja, dann gehen wir wieder Haben wir noch keinen Bären gefunden Schade Das stimmt, ja Los, dann schreibt euch wieder Wann tötet ihr immer die drei Bären? Ah, du hast da einen gesehen oder nicht? Ja, ich habe einen gesehen Ja, wo denn? Ja, irgendwo im Wald Hier geht es um Spinnen Scheiße, ich habe einen Kunde angeklickt Na toll Lass ihn verhungern Wir teilen uns jetzt auf Und wenn wir Bären gefunden haben Probieren wir uns zu finden Bis dann Vielen Dank.